Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 29. Juni 2022. Bei dieser Meldung werdet ihr sicherlich zusammenzucken und Aua sagen. Selin hat sich letzte Nacht ihren kleinen Zeh gestossen, als sie spät zum klingelnden Telefon rannte. Sie stieß mit dem kleinen Zeh gegen einen Reisegutschein und war vor Schmerz eine Minute lang gelähmt. Nach dem Zwischenfall sagte Selin gut entbrannt, wofür ist der kleine Zeh überhaupt gut? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Verstehe. Das nennt man dann wohl ein Wunder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pink Schleimschliebe. Der 29. Juni war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.